Liebe Frauen, jetzt am Freitag, 8. März, haben wir einen Protestmarsch zum internationalen Frauenmarsch. Wir Migrantinnen demonstrieren in Hamburg gegen die Unterdrückung der Frauen und Mädchen. Unser Motto, gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei. Mit diesem Marsch fordern wir Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen, Trennung von Staat und Religion. Wir sagen Nein. Wir sagen Nein zur islamischen Scharia, zur zunehmenden Frauenfeindlichkeit, der Verheiratung Minderjähriger, Zwangsverschleierung von Frauen und Mädchen, Verfolgung von Nicht-Muslimen. Wir sagen Nein zur Zusammenarbeit mit dem politischen Islam. Wir werden uns einer Petition von Terre des Femmes anschließen, die besagt, bis zum 14. Lebensjahr ist beim Mädchen Kopftuch tragen verboten. Na, macht ihr mit? Freitag, 8. März, am Jensemarkt um 15 Uhr. Treffen wir uns alle.